So Freunde, da sind wir aber wieder zurück bei Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir in Blufo und ich rede jetzt mal ne Runde mit Lenny. Ey, was geht man? Wolltest du Hilfe? Wolltest du hier, die denken, dass die Krieg noch nie endet. Die Krieg civil? Ja, in Wahrheit ist es noch in diesen Fools' Minds 30 Jahre später. Okay. Das ist mein Punkt. Diese Ignorant Fools sind Weapon Dealers. Und in ihren Dealern, manchmal sind sie auf eine decente Pile of Cash. Ja, sie haben sie verkaufen Weapons zu Küba und Südamerika für Jahre. Insofern, der altes Junge, ich habe zu sprechen, dachte, dass es ein paar Kastchen einfach nur auf dem Weg zu sitzen. Und zu verlieren das? Maybe a nice stash of weapons with just a bunch of crazy's gardener? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Saufen! Okay, dann wollen wir mal. Das klingt zwar wieder schon zu schön, um wahr zu sein, aber okay. Ich meine, bis jetzt ist ja nur alles schief gegangen, was wir gemacht haben hier. Was ist denn mit den Schatten los auf meiner Jacke? What the heck? Naja, gut. Pferdchen, wir haben was zu tun. Komm her. So. Aber, ich kann nichts machen. Okay, ich würde gerne mal hier mir mehr Waffen ausrüsten, als nur die zwei Pistolen, die ich mit mir rumtrage. Jetzt aber, okay. Und zwar einmal den Lancaster Rapid here und einmal eine doppelläufige Flinte. Sind das die aus dem Sumpf mit der Destillerie? Ach, die. Oh, ups. Sorry. Ich weiß, was ich. Es ist wirklich nicht so weit, in diesem Staten? Wir haben nicht weitergekommen. Es scheint, wie es ist. Diese Männer haben eine Mannschaft über sie. Aber ich habe nicht unbedingt was zu verstanden. All'her Kindheit, Herr Morgan. Du wirst nicht wissen. Ich könnte dich niederlöblich. Sie sehen uns wie das. What the fuck? I guess their gold still shining and their guns still shooting. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Haha, okay then. And look, it beats Ben Lynch back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Yeah, I always have to be a bit still. I'll see if we have something else. What did I say? That I always still am, because I want to hear the conversations and I think you probably want to hear it. And, uh, yeah. Aber, ne, wenn man mal so drüber nachdenkt, es ist echt krank, dass es noch nicht so sehr lange her ist, dass andere Leute auf einen heruntergeschaut hätten, nur weil man einen Freund hat, der nicht weiß ist. Ich mein, der hat gerade ein Wort benutzt, was ich natürlich nicht benutze, aber... Oh, hier war ich doch gerade erst. They said find the old battlefield. Keep on going. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? You see that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. I heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die mal ein bisschen aufreiben können und denen vielleicht mal was abnehmen hier. Guck mal, das sind wieder die Fasanen, die ich vorhin schießen wollte. Vielleicht sollen wir zu Fuß laufen. Puh. Imagine getting caught up in a fight like this. Ah, ungeil. Yeah, I don't care too. Warum reiten wir da hin, wenn die in der Kirche sein sollen? Hm. Was? Nein, Arthur! Schau da. Ein Wagen. Mal sehen, wo er geht. Du bist jetzt auf mich. Genau hinter dir. Okay. Ein bisschen, ne? Nein, nein, nein. Ich hab gerade versucht zu bremsen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Okay. Da ist ein Haus, ja. Vorsichtig, Alter. Ich weiß nicht, ob wir auf der Straße die Richtung von dem Haus reiten sollen. Big Plantation House. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mountains up there, off the trail. Good enough to meet. Ich will nicht, dass meinem Pferd was passiert. Come on. Good to get a view on him. From that wall up there. Bring your sighted rifle, okay? Oh, shit. Okay. Sighted rifle. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Okay. Uff. Das wollte ich gar nicht. Okay. Benutze Zielfernraum, um Shady Battle auszukundschaften. Oh nein. Just a moment. When you've had a look, tell me what to do. Relativ viele Typen. Down by the road. We do well to draw them into one spot if we're gonna make a pass of this. Yeah, ich könnte, ich könnte auf das Dynamit schießen, natürlich. Gatling Gun? Da? Alter. Okay, so unorganisiert scheinen die echt nicht zu sein, ne? We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Der ist schwarz, Alter. If you draw them into one spot, then I start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But anyway, I'm always up for a performance. Ah, ich weiß nicht, man. You gonna make a call? Nein, wir schicken Lenny nicht rein. I hit them head on. You save your play acting for Jose and the girl. Okay, I'm fine by me. Okay, ich warte bis... Wieso springt das nicht? Ah, okay. Lenny war ein bisschen reingelaufen. Oh! Ha, ha, ha! Lenny! Pass auf! Oh! Warum rennst du denn rein, Lenny? Was ist denn mit dir kaputt, Alter? Okay, scheiß auf das Ding hier. Alter, was ist mit denen los? Okay, Deckung. Okay. Warte, war das keiner? Nein, da. Okay, da. Was ist denn da? Oh! Oh! Okay. Lade nach. Okay. Oh! Noch jemand? Wir wissen nicht, ob hier noch welche sind. Okay. Äh. Was soll ich denn wissen, was... Okay. Oh! Echt jetzt? Schon? Okay. Dann werde ich die wohl nicht fleddern. Schade drum, aber okay. Ich wollte eigentlich noch die Leichen fleddern eben. Das... Ja. Das wird aber nie im Leben gut gehen hier. Okay. Von wo? Oh, fuck, Alter. Ernsthaft? Oh! Oh! Verdammt! Ich hab gedacht, die wären nicht freundlich. Deswegen hab ich sofort auf die gezielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fehler war. Ja. Ja. Oh mein Gott! Ich hätte ja gerne noch mal in einem ganzen Camp geguckt, bevor ich alles entverliegen lasse. Ich weiß, was Sean macht. Okay. Danke, Arthur. Ah, da wird doch irgendwas passieren noch, oder? Nee. Krass. Geil mit den Bergen im Hintergrund hier. Schon geil. Ja. Ja. Hm. Ja. Neue Waffe. Okay, was haben wir denn noch? Ach, ich kann ja, ich habe ja auch hier dieses Ding gekauft, dass ich von ihm Sachen herstellen lassen kann, ne? Das sollte ich vielleicht mal gucken. Wo ist denn der Kollege? Der ist da, ne? Pearson, oder wie der heißt. Arthur? Wer ruft denn da? Keine Ahnung, Mann. Ich will zu Pearson. Wo ist Pearson? Da ist Pearson. Okay. Ey, Pearson. Bist du nicht am Start, oder was? Verbesserung, eh. Tasche. Uh. Dafür braucht man aber perfekte Fälle. Haupt... Hauptlagerfeuer, Wachlagerfeuer. Sind die dann auch größer als die, die ich jetzt habe? Info. Ne, das zeigt gar nichts an. Okay, egal. Huch. Sorry. Mr. Pearson. Thank you, Mr. Pearson. Yeah, Sheriff Arthur is back. Oh, hey. What's going on? Jose and John are looking for you. They went out to the Moonshine stash, said you knew where that was? Uh-oh. I was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Uh. You're telling me. Okay, thank you. Nicht gut. Oder? Ich weiß nicht, ob es gut ist. Mal gucken. Ist das... Das ist... Ne, das ist Micah. Wollte gerade sagen, das ist nicht... Das ist nicht Marston. Hey. Hey, Javier. Ein Hof überfallen. Uh. Javier. Ich habe gehört, um ein Haus. Es könnte interessant sein. Was für ein Haus? Ich weiß nicht. Ein paar Kollegen, die ich in der Stadt hörte, sagten... Sie sagten, dass es wirklich... Freakisch ist. Die Familie-Lokal-Böge-Mann, glaube ich. Aber sie sind schrecklich. In jeder Art. So? Also, diese Javier glaubten, dass sie viel Geld sind. Sie sind auf dem Weg. Sie sind schrecklich, aber sie sind gut in den woods. Das klingt ziemlich dummisch. Natürlich, ja, ja, es ist dummisch, aber... ... es gibt kein Risiko von getting caught. Okay, dann. Let's go take a look. Exactly! Just take a look. Hmm, just take a look. It's up north. On the other side of the river from Valentine. That's the way there is at Cumberland Falls, though. You know it? Sure, or less. Na, dann mal los. Easy there, girl. Ach, so. Dann wollen wir mal. Aber da machen wir dann in der nächsten Folge weiter, Freunde. Bis dahin, tschüss!